Saletti, äh, du, äh, ich habe eine Frage, kannst du mir nicht schnell am Fringer anrufen? Einfach sagen, ich sei jetzt da. Ich weiss, wo der Fringer ist, antworten. Ich muss telefonieren, soll ich. Ja, sag ich, ich habe in Felber, er soll dort bleiben, gell? Er hat sich erledigt. Du, ehrlich, gell? Ich weiss, da wären noch menge Frauen froh, können Sie mich so abtasten, du? Danke, gell? Das ist gut. Hier, Rolf, Rolf! Guck, da habe ich alle. Ich muss dir noch schnell einen Tipp geben. Ja, gib mir den. Den Heinz Hermann in den Sturm, gell? Das ist gut, ja. Und sag ihnen einfach, nur Goalschiesse. Ja, das schreibe ich mir schnell auf. Super, super, aber nicht am Gegner sagen, gell? Mach's gut, gell, tschau, ruf, tschau! Go, go, go! Ja, jetzt ist es nicht ungünstig, jetzt kommt der Schluss. Ja, warte, mach dich zu bald, du hast ja den Netzer nicht wieder, oder? Ja, nein, warum kannst du jetzt absitzen, sonst werden das jetzt absetzt. Ja, weisst du, ich mach da die Expertise, ich bin die Expertise. Aber du bist auch im Baulesack, immer da oben hocken und dreischwäckst und nie selber einen Goal schiessen, oder? Ja, einen Goal nicht selber schiessen. Nein, da gehen wir runter und weisst, ich gehe noch und sage, dass ich eigentlich der beste Trainer wäre. Ah, du willst einen neuen Netzertrainer? Ja, sicher. Was würdest du denn ändern? Also, zuerst müssten sie einfach mehr Goal schiessen. Und dann wollen sie es nicht machen? Dann hauen ein paar an die Schnurren. Ich bin nicht sicher, ob ich eine Waffe hätte, könntest du mich nicht mal schnell abtasten. Nein, aber da reden natürlich… La! 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 La... Las Wolаны d'ing. Schwamendingen, Schwamendingen. Schönste Quartier von Zürich ist Schwamendingen. Mir gefällt es mir so mit Schwamendingen. Sie sind doch ein bisschen mitgebracht. Jetzt will ich nicht noch mal abtasten. Osterbaldschan ist besser als Schweiz. Osterbaldschan! 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 Osterbaldschan. Eierkopf! Ich schlage mal den Eierkopf an. So einen kann doch kein Spiel leiten! So kennt ihr den Ball wieder? Gib ihm den Ball wieder dort! Da ist ihm sein Ball dort! Jawohl! Der Spieler geht die Ball wegnehmen, oder? Da ist er verschissen, du! Ja, da ist... Jawohl! Super! Wir wollen den Händen und den Toppetter besetzt, du! Du bist unser neuer Trainer, gell? Gratulieren, gell? Super, das ist unser neuer Trainer, du! Händen wir als neuer? Händen wir als neuer? Eben, ihr habt ja immer Weiber da, gell? Ich meine, auf die GC, oder? Sonst, gell? Sagen du mir das, bring ich die Ball vorbei! Super! Kannst du mal Harry sagen, gell? Ja, Eveline! Ja, Eveline, da, Anni Weidut! Gefällt mir, gell? Jetzt gehen wir da gleich in mein Zimmer... Äh, logen! Logen, gell? So! Dann machen wir gleich zu, damit niemand stört da, oder? So! Oh, sorry, da unten! Tut mir leid, gell? Also, ihr müsst nicht einversichtig sein, oder? Kommt also jeder zu ihrem Recht, gell? Jetzt! Ja! Super! Das ist nur, wenn ihr mich angestoßen habt, oder? Dann geht also voll sich ab, gell? Super! Super gemacht, du! Ehrenwort, du! Spitze gemacht, du! Ehrenwort, du! Ja, super! Wo hast du gekommen? Du bist doch Heinz Hermann, gell, bist du? Ja, der Bruder! Ja, der Bruder, genau! Hast du super gemacht, aber hast eine ruhige Kugel geschaffen, gell? Ja, das war ein schöner Abend, gell? Ja, das war ein schöner Abend! Ja, das ist aber... Wie wenn du... Was machst du da? Du saufst ein bisschen eins, oder so, oder? Ja, ich habe genug Zeit gehabt, gell? Gell? Ja, ich habe an dir herum studiert, gell? Genau, ich nehme einmal einen Schluck Nadellack entfernen! Ja, dafür stimmt man Kälte! Aber du hast es super gemacht! Aber du hast es super gemacht! Aber du hast es super gemacht! Nein, nein, du weisst, ich habe... Du hast es auch, gell? Rolf, Rolf! Rolf, Rolf! Rolf, der bringt immer Glück! Gell, he? Du hast einfach das gemacht, was ich gesagt habe, und dann ist es gegangen, he? Du hast es super gratuliert, gell? Du hast es super gemacht! Sali Murat, Sali! Du hast es super gemacht! Weisst du, was das liegt an den weissen Schuhen? Du musst mal schauen! So hoch! Eben, gell? Ich habe dir ja gesagt, du sollst es anlettern! Und es hat geholfen, du hast einen Topf gemacht, gell? Ja, gell! Eine hast du für sieben, aber der Topf ist besser, gell? Danke, tschau, Murat! Alles Gute! Also, die haben alles gemacht, was ich wollte, oder? Und darum haben wir jetzt geputzt, gell? Und wenn ihr nämlich einen Trainer sucht, denkt ihr an, wenn ihr müsst, gell? An Arie Hasler! Tschüss!